Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Dieses Mal geht es nochmal um Bash-Grundlagen, also Sachen, die, naja, vielleicht nicht ganz grundsätzlich sind, aber die man durchaus auf der Bash, also der Kommandozeile von Linux, sehr gut gebrauchen kann. Dieses Mal geht es darum, wie man Textdateien mit AWK filtern kann, also wir wollen einige Teile aus einer Textdatei rausholen und die ein bisschen umformen. Und dafür ist AWK ein wunderbares Werkzeug. AWK, was ist das jetzt überhaupt? Also AWK ist eine Skriptsprache, die typische Elemente wie Variablen, Schleifen, Bedingungen enthält. Und, ja, Ziel der ganzen Übung ist, dass man Textdaten, also sowas wie HTML-Dateien, XML-Dateien, reine Textdateien, CSV und so weiter, damit bearbeiten kann anhand von einem Skript. Also man kann Zeilen rausfiltern, man kann die umschreiben, man kann Sachen berechnen und damit die dollsten Dinge machen. Das werde ich gleich mal ein bisschen vorführen. Mehr Informationen zu AWK findet ihr unter Wikipedia oder unter Ubuntu-Users. Da das Ganze, wie bei mir eigentlich so häufig ist, nicht aus dem, ja, einfach irgendwie so entstanden ist, sondern darauf basiert, dass ich Dinge im realen Leben tue, ist es dieses Mal genauso. So, also es ging mir darum, die Dodger-Tools-Webseite komplett zu überarbeiten. Oder vielmehr, es ist jetzt eine Webseite unter großhabermann.de für meine Dodger-Tools da. Vorher war das Ganze unter SourceForge. Die hatten irgendwann nach über zehn Jahren keine Lust mehr, meine virtuellen Maschinen zu hosten. Von daher sind viele Sachen von dem Projekt, was ich vorher auf meiner Dodger-Tools-SourceForge-Seite hatte, sowieso verschwunden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, dann mache ich das Ganze jetzt sowieso nochmal neu. Und da kommen jetzt auch bloß noch die Sachen drauf auf eine neue Webseite, die ich nochmal komplett neu mache. Und das habe ich jetzt getan. Da stehen auf dieser Webseite einmal grundlegende Informationen. Was sind meine Dodger-Tools? Und dann habe ich auch Informationen dazu, welche Module enthalten sind. Das sind 120 irgendwas Module für verschiedene Zwecke. Und ich habe auch einzelne Debian-Pakete. Und auf dieser Webseite, die ich gemacht habe, da möchte ich immer den aktuellen Paketstand drin haben, wo eine kleine Beschreibung dazu steht, was dieses Paket jeweils macht. Da ich das jetzt per Hand nicht übernehmen möchte, sondern aus dem Informationsbestand, den ich eh schon habe, also meiner Paketquelle, die ich lokal auf dem Rechner habe, erstellen möchte, habe ich jetzt hier ein kleines Skript geschrieben. Das ist hier drin. Das gucken wir uns gleich an. Und die Paketinformationsdatei, diese Packages-Datei, Da drin stehen die Informationen zu den Paketen, die in meinen Dodger-Tools drin sind. Pro Paket gibt es verschiedene Angaben, wie das Paket heißt, welche Version es hat, wie die Größe nach dem Installieren ist, welche Funktionen das Paket erfüllt, Abhängigkeiten und eben auch die Beschreibung. Und aus dieser relativ umfangreichen Textdatei-Packages möchte ich alle Namen raus haben, also alle Paketnamen und die dazugehörigen Beschreibungen. Und das Ganze soll auch gleich umgewandelt werden, sodass ich einen HTML-Text habe, den ich direkt in meine Dodger-Tools-Webseite direkt einbinden kann. Und das Ganze steht in dieser Skriptdatei drin. Und bevor ich die Webseite hochlade, also Änderungen hochlade, auf meinen öffentlichen Server, wird einmal so ein Skript hier aufgerufen. Das ist zwar ein bisschen anders als das, was ich zeige, aber das Prinzip ist dasselbe. Und da werden dann diese ganzen Informationen generiert und aufbereitet in der Form, wie ich es brauche. Damit wir uns das Ganze ein bisschen vorstellen können, habe ich mal wieder die virtuelle Maschine vorbereitet, wieder angeschmissen. Und ich habe unter dem Verzeichnis AWK diese beiden Dateien, einmal Packages mit diesen Paketinformationen und mein Skript gespeichert. Gucken wir deswegen als erstes mal da rein, was in dieser Packages-Datei drin ist. Ich bin unter einem Mate-Desktop hier und da heißt die Anwendung für einen einfachen Texteditor XED. Und wenn ich die Datei da mal reinlade, dann sieht das so aus. Ich habe hier Package. Damit beginnt ein neuer Abschnitt zu einem neuen Paket. Also hier 7-zip-Add-ons oder hier HTTP to Selenium Bridge. Das ist neues Paket. Und zu dem jeweiligen Paket gehören denn eine Versionsnummer, für welche Architektur das Ganze gedacht ist. ALL heißt eben für alle Architekturen geeignet. Da sind bloß Skripte drin, die keinen Binärcode für irgendeine CPU-Architektur hätten. Dann haben wir natürlich auch noch einen Maintainer. Das bin ich in diesem Fall. Dann Abhängigkeiten zu anderen Paketen, wie diese Debian-Paket-Datei heißt. Auf meinem Server, wo ich das Ganze veröffentliche, wie groß das Ganze ist, wenn es entpackt wird. Dann Hash-Summen, damit überprüft werden kann, ob das Ganze unverändert ist oder irgendwie kaputt ist. Dann zu welchem Abschnitt das gehört. Und zu welcher Priorität. Mich interessiert aber letztendlich die Beschreibung, also hier die Scription, wobei sich die Beschreibung in zwei Teile eigentlich aufteilt. Das, was in derselben Zeile wie die Scription steht, das ist eine Kurzbeschreibung für das Ganze. Und danach kann eine längere Beschreibung noch kommen, aber muss eben auch nicht. Und für meine HTML-Seite, die ich daraus generieren möchte, möchte ich dann alles haben, also den ganzen Bereich, wenn das verfügbar ist. Oder wenn eben nicht, möchte ich bloß diesen kleinen Teil haben. Ja, und hier stehen jetzt verschiedene Pakete drin mit diesen ganzen Informationen. Aber letztendlich interessiert mich bloß immer das, was hier in Package steht und bei die Scription. Bevor wir uns jetzt genau angucken, was in dieser Pass-Packages.sh drin ist, fühle ich das einmal aus, was daraus gemacht wird. Und da kriege ich den HTML-Code raus. Also da steht dann drin, hier mit Zeilenumbruch am Anfang, damit wir einen kleinen Abschnitt haben. Und dann in B ist Bold-Fett-Druck. Hier Paket, Package und der Name. Danach gibt es wieder einen Zeilenumbruch. Dann kommt hier das I für Italic, also für Kursiv. Und hier hinten hört es auf. Also die ganze Beschreibung ist Kursiv geschrieben. Und hier Beschreibung und die Scription. Das ist wiederum Fett gedruckt. Und der Teil ist bloß Kursiv. Und da habe ich dann die jeweilige Beschreibung. Und nachdem diese ganze Information aufbereitet ist, also dieser Block zu Ende ist, gibt es wieder einen Zeilenumbruch. Dann gibt es noch einen Zeilenumbruch, sodass wir immer eine Leerzeile zwischen den einzelnen Paketen haben. Und das wird hier automatisch generiert aus dieser Packages-Datei, die wir gerade eben schon vorher gesehen haben. Jetzt dazu, wie funktioniert das überhaupt? Dieses Parse-Packages, das ist zum Glück relativ kurz. So lange ist das Ganze. Es ist zwar ein Bash-Skript insgesamt, aber der überwiegende Teil ist AWK, also quasi von hier bis dort. Und alles, was jetzt hier so rosa ist, das ist direkt dieser AWK-Code. Das ist diese eigene Programmiersprache, womit man Verschiedenes machen kann. In AWK gibt es verschiedene Abschnitte, die zu bestimmten Zeiten ausgeführt werden, beziehungsweise dann ausgeführt werden, wenn auf die aktuelle Zeile etwas zutrifft. Dieses Beginn hier, das bedeutet, dass wir den Code, der jetzt zwischen den geschweiften Klammern steht, ausführen möchten, während das Skript startet. Also ganz am Anfang. Das ist ein idealer Punkt, sodass man Variablen deklarieren kann. Das mache ich hier auch. Ich habe hier eine Variable, die printall heißt. Sie setzt sich auf 0. Mit Semikolon, das muss man nicht an allen Stellen machen. Ich mache das jetzt aus Gewohnheit, von wegen C, C++, PHP her. An einigen Stellen kann man es auch weglassen, aber ich mache das immer dahinter, weil das kenne ich so und ich finde, so sieht es auch irgendwie sauberer aus. Also das hier wird einmal am Anfang ausgeführt. Dann haben wir hier einen regulären Ausdruck. Da wird überprüft, ob eine Zeile mit Package-Doppelpunkt anfängt. Das sind diese Zeilen in der Packages-Datei, wo ein neues Paket anfängt und wo der Name steht. Dann verwende ich hier die Funktion gesub. Die macht suchen und ersetzen. Also die sucht nach Package, dem englischen Wort Package, in dieser Schreibweise, die auch dort vorkommt. Und ersetzt sie durch Paket-Package, sodass ich so eine zweisprachige Angabe für diese Informationen habe. Und ich möchte das Ganze auf $0 anwenden. $0 ist die Variable, in der der aktuelle Inhalt der Zeile steht, die gerade bearbeitet wird. AWK arbeitet zeilenbasiert. Also diese Textdatei wird mit der ersten Zeile durchgegangen, dann die zweite, die dritte und so weiter. Und jeweils diese Variable $0 wird mit dem aktuellen Inhalt der Zeile, die gerade bearbeitet wird, gefüllt. Und diese Suchen-Ersetzen-Funktion wende ich jetzt an, auf die aktuelle Zeile. Also der Wert von dieser Zeile wird auch direkt überschrieben. Und ja, Package wird durch Paket-Package ersetzt. Danach verwende ich den modifizierten Inhalt, also diese Variable mit dem modifizierten Inhalt, und packe da drum meinen hier Break, also den Zeilenumbruch, Fettdruck auf zu und wiederum einen Zeilenumbruch. Das Ganze gebe ich mit Print aus. Das ist auch eine Funktion von AWK. Kennt man ja auch von anderen Programmiersprachen. Da gibt es auch häufig Print. Und das Ganze wird zusammengehalten mit hier den Anführungszeichen. Die Anführungszeichen, die umgrenzen jeweils Textteile, Textteile, die unverändert sind, dann ist das hier zu Ende. Und da kommt jetzt nicht so ein Klebe-Operator dran, so wie bei PHP wäre jetzt ein Punkt dran. Bei AWK ist das nicht so. Da kommt einfach die Variable direkt danach. Und dann kommt wieder hier der nächste Teil, der einfach textmäßig da dran geklebt wird, ohne dass er verändert wird. Also Variablen sind immer außerhalb von diesen Anführungszeichen. Neben diesen Abschnitten, die sich jetzt mit regulären Ausdrücken auf spezielle Zeilen stürzen, gibt es andere Abschnitte, die auf wirklich jede Zeile ja angewendet werden. Da haben wir hier diesen Bereich mit if, also wenn print all die Variable gleich 1 ist, dann soll die aktuelle Zeile direkt ausgegeben werden. Ansonsten könnte es sein, dass wir Zeilen haben, die überhaupt nicht bearbeitet werden oder die überhaupt nicht ausgegeben werden. Also dieses Print müssen wir schon irgendwie angeben, damit eine Zeile ausgegeben wird. Dieser Abschnitt hier ist dafür da, dass Zeilen ausgegeben werden, unverändert, wenn dort keine leere Zeile kommt. Also eine leere Zeile ist ja der Abschnittstrenner von einem Paket zum nächsten Paket. Und da wird diese Variable print all auf 1 gesetzt, wenn dort ein Bereich ist, der eine Beschreibung beginnt. Danach können ja beliebig viele Zeilen kommen mit weiterer Beschreibung oder eben auch nichts. Diese Bereiche, die mit Description beginnen, die legen eben vor, da kommt jetzt eine Beschreibung. Danach kommt einmal direkt eine Beschreibung. Aber es können auch weitere Zeilen damit kommen. Wenn jetzt eine Zeile damit beginnt, dann machen wir wieder diesen Übersetzungstrick. Da machen wir aus Description Beschreibung und Description. Und das Ganze soll nochmal in Fettdruck erscheinen. Danach setzen wir die Variable print all auf 1, damit auch folgende Zeilen ausgegeben werden durch diese einfache Funktion hier, print und verändert, ausgeben. Und das Ganze soll auch kursiv sein, also kommt ja dieses i in spitzen Klammern. Ja, dann brauchen wir noch das Ganze, um das wieder aufzuheben. Also sobald wir eine leere Zeile erreichen, hier mit dem regulären Ausdruck, Dach bedeutet Zeilenanfang, Dollar bedeutet Zeilenende und wenn da nichts dazwischen kommt, dann ist es halt eine leere Zeile. Da wird das Ganze wieder ausgeschaltet. Also diese Drucke alle Zeilen aus, die jetzt kommen, wird wieder deaktiviert über diese Variablen-Setzung. Und danach haben wir nochmal das Ausgeben von der aktuellen Zeile plus einmal das Schließen von der kursiven Schreibweise und nochmal ein Zeilenumbruch. Wichtig bei diesen ganzen Dingen ist, dass die Reihenfolge, in der diese Sachen hier stehen, wichtig ist, weil die von oben nach unten durchgegangen werden. Also wenn ich jetzt das hier an eine falsche Stelle setze, dann werden mir vielleicht Zeilen ausgegeben, die ich gar nicht haben möchte, also die nicht mehr zur Beschreibung dazugehören oder eben Zeilen fehlen mir dann, weil ich das zu spät setze. Also die Ausführungsreihenfolge hier ist wirklich wichtig. Das Ganze beginnt mit AWK. Da rufen wir das AWK-Programm auf. Hier kommt das ganze Skript rein. Man kann auch das über eine Datei zuweisen, aber ich hatte es direkt reingeschrieben. Und dann kommt hier noch der Name von der Textdatei, die wir mit AWK mit unserem Skript bearbeiten wollen. Die Änderungen landen direkt in der Shell oder wenn wir das Ganze umleiten, können wir es natürlich auch noch machen. Keine Ahnung, irgendwie TMP und ja, PKG vielleicht. Und dann landest du in dieser Datei. Die ursprüngliche Datei wird nicht geändert, die bleibt so wie sie ist und die Ausgabe können wir umleiten, wohin wir sie auch immer haben möchten. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wiederum etwas geholfen, vielleicht einfach so ein bisschen die Augen geöffnet, was man auch noch damit machen kann. Für einige Sachen ist AWK wirklich sehr praktisch, aber für primitivere Editieraufgaben gibt es vielleicht auch einfachere Wege mit, was ich schon mal in diesem Bash-Grundlagen-Video gemacht habe oder vielmehr in diesem Livestream, wo es denn sowas gibt wie CAD und SED, den Streaming-Editor und solche Sachen, die können manchmal deutlich einfacher sein. Aber wenn das alles nichts hilft mit diesen ja, primitiven, einfachen Mitteln, dann ist AWK vielleicht das Werkzeug der Wahl für euch, für eure, ja, für eure Aufgabenstellung. Ja, das war es jetzt auch wirklich. Ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss. BINN GROCKS BINN GROCKS BINN Untertitelung des ZDF, 2020